Ja, ich möchte diesen pennenden Hund, diesen Pennerhund mit mir nehmen. Man muss halt auch aufpassen, oh Gott, dass man nicht in die Spikes hochfliegt. Deswegen ich nur fliege, wenn es wirklich nötig ist. Und sonst eigentlich nicht. Ach ja, und ab hier habe ich nicht mehr weiter gespielt. Bei der Weih, also ab dem dritten Hund habe ich nicht weiter gespielt. Deswegen ist es ab jetzt, bzw. ab da wo ich diesen Hund da jetzt geholt habe, klein. Also jetzt wird es so ein richtig schöner Let's Fail, weil ich weiß, wo manche Sachen sind und so logischerweise. Ach ja, und die Waffe hat eigentlich gebrenzt Muni, aber die lädt sich von alleine mit der Zeit wieder auf. Ist das eigentlich kein Thema? Hallo! They seem to just adore you. My puppies don't waste their affection on bad sorts. Many thanks. Ach so, ja. You're after the storehouse key, aren't you? When lie the seeds to the red flowers? I don't care who you are. You're not getting the key. Too often the storehouse will invite that same tragedy all over again. One, two, three. There's only one left. Ja. Gut, dann holen wir jetzt noch und dann mache ich eine Aufnahmepause. Ich nehme jetzt schon seit einer halben Stunde, glaube ich, auf. Ich bin mir nicht sicher. Ah, mehrere Folgen sind auf jeden Fall schon. Und die Vieche geben halt so viele XP, weil man fliegen muss, dass man es noch nicht gesehen hat. Und, ähm, ja. Und das jetzt dann braucht man halt XP mit den Dings. Und so. Äh. Ah, kacke. Oh nein, ich hab keinen Bock zu sterben. Ich stirb. Oh fuck. Ja, gut, dann willkommen zu der Pfail. Help, sorry. Äh. Dann bin ich wieder auf dem. Schlitter. Oh, what the hell? Okay. Soll das so sein? Anscheinend, wenn es dann nicht so gut kommt, ich habe ein Foto. Hier in der Sandzone, there are a number of places where one may path through the walls. These spots are marked with a symbol. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Das sind die Sprech. Ja. hey jetzt sind wir mal in der Erde, dass wir dann lassen die Erde ein bisschen und vielleicht haben wir uns das hier angucken na 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 Neee, okay. Flott. Also hier gelohnt. So, nicht auf, so sehr. Okay, um... Ja, das hat sich aufgelöst. Gut, den nächsten Hund suchen wir dann am besten in der nächsten Folge. Okay, dann bis... Denil... und so... Ich hab mich dann immer so schreckt, deswegen kann ich das etwas sein. Gut. Ich geh schlafen. Gute Nacht! Tschüss! Hi! Und... wer will... Ich fühl mich grad n bisschen seltsam beim Aufnehmen, weil ich weiß, dass mir jemand zuguckt, aber mich nicht hört. Naja... Ähm... Ja, wir sind aufgeteilt. Wir müssen ja den nächsten, den letzten Hund suchen. Ernsthaft? Ich finde mich extrem seltsam! Könnte ich nachsehen? Ich bin mir sicher erdacht gerade. Naja... Ähm... Also wir müssen ja wieder ganz zurück zu diesem Papp... ALTER! NINJAVOGEL! WHAT THE FUCK! Ähm... Pgiacion, ich hab' dir angeguckt... Okay. Ehh... 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 So okay. Schief mir dazu... Ehh... Nannannannannannannannannnannann!!! Ooh, wir fliegen da jetzt einfach... ...kans zum Spuntch. Ah, okay, es ist norscht. By the way, das mit dem Kopf, dass der Hund dort ist, ist mir erst aufgefallen, dass sie die Aufnahmen nochmal angeguckt hat. Und, um, ja. Fuck. Na, fuck! Ah, ja, nein. Ja, 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 ja. Fuck. Okay, um, das war Fail. Ich bin mühlos, es ist gerade mal elf. Nein, fünf. Wie viel ist das? Ach, nein, fünf vor. Zwölf. Ich hab grad nicht nachdenken müssen. Hallo Hund. Äh, hallo Hund. Mit dem Hund, natürlich. Okay. Mal sehen. Wie gesagt, soweit weiß ich das jetzt noch gar nicht. Aber ich hatte auch nicht vor lange zu, lange zu aufzunehmen. Ich hab die Hunde gegessen. Ach, das war's. Oh, ich hab's nicht mehr. Okay, ich hab's nicht mehr. Okay, ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Okay. Na. Star-House Key, why thank you. You shouldn't have. Catch you later. Wait! Daher? Ah, hat er die Hunde gegessen? Wo sind die Hunde? Wo sind die Hunde? Wo sind die Hunde? Wo sind die Hunde? Komm mit die Hunde. The key. They stole the key. Please, you must stop them. They plan the en- Enrage the Mimigas and release them onto the surface. Oh yes, you might want this. Eh. You can use this once, but only once to restore your heal. Okay. Wo sind die Hunde? Wo sind die Hunde? Zwischen wir mal. Äh. Und wie? Okay. Na ja. Ops. Oh my god fuck you! Rage! Fuck! Raj! Hehehe Err. Err. Err... Ja gut, wir sind jetzt fast tot. Das passt schon gut. Oh nein, ich bin zufrieden. Das Problem ist, ich hab keinen Mute-Button bei diesem... Ich bin zufrieden. Ja, ich bin jetzt etwas konzentriert und gleich spielst du wahrscheinlich wieder an den Boss-Weight-Kommen. Ich habe nicht mehr zufrieden, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ja. Das sind nichts. Aber... Ja. Ich bin zufrieden, ich bin zufrieden. Okay. Jetzt mal sehen wir. Was da geht? Oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wahaa! Uh oh. Eh oh. Where do you think you're going? 酒 and salut. Barrock! Feed this on the � Administrator. You got it. Noah, stop. Eat it, eat it. Get your hands off her! Sovoku, are you okay? King? Oh my god That's fair My head No You, you're the doctor Wait, yes I'm the doctor And from now on, I'm your new leader Pleased to make your accurate hands Fuck just at us Now what exactly is it You plan to do with that sword I'll kill you No My, are they really so faggill The rage takes them Oh, you're the doctor from the surface You've come at the splendid time Here or there, all yours Oh no, no, don't thank me Have fun, you three I picked a shit